ARD Text im Auftrag von Funk To love, peace and freedom! To love, peace and freedom! Es gelacht ihr, meine Brüder! Brust zurück von der Grenze! Ich hätte nie gedacht, dass mein Jüngster zuerst erratet. Du warst ja nicht fünf Jahre an der Grenze. Schwagervater, gib mir eine Chance. Ich bin bereit. Ich habe so viele Ideen. Deine Kunstfaser-Entraum. Genau hier könnte eine neue Produktionsstätte für synthetische Spinnmassen entstehen. Deine Idee ist mutig. Das gefällt mir. Die Kante hat mir von einer Wissenschaftler in Dresden erzählt. Ein Deutscher. Was Sie hier sehen, meine Herren, ist genauso gut wie Nylon. Nur viel billiger. Machen Sie eine Liste von allen Komponenten, die Sie benötigen. Die Schweiz will aktive Hilfe leisten. Sie kommen aus dem Bucherwald und haben Unvorstellbarkeit erlebt und... Gräuel, Märli und Propaganda. Die Zeitungen sind voll mit Berichtmutter. Man kann es nicht mehr leugnen. Wir Schweizerer sagen halt auch nichts anderes. Man verfürchtet, es könnte sich eine vitale Nazi-Unordnung-Bewegung formieren. Wir sitzen hier wie die Magen im Speck in den edelsten Hotels, saufen Champagner, fressen Kaviar. Ich kann euch Namen geben. Ich bin amerikanische Journalistin. Ich arbeite eng mit den amerikanischen Geheimdiensten zusammen. Die Frau, der ist in meinen Ermittlungen auftaucht. Inwiefern? Der Johan hat doch gewiss nicht mit Absicht einen Nazi eingestellt. In der Partei sein heisst es noch lange nicht, dass man Nazi ist, ja? Das muss man schon differenzieren. Wem gehört das investierte Geld? Ich will die Wahrheit und zwar jetzt! Die wollten uns auslöschen. Vernichten. Uns alle. Und wir beherbergen die Leute wie Könige. Es geht um Millionen. Namen sagt sie und Schmuck von der orländischen Familie. Er war das Triffel-Schwein der Nazis. Wenn du es schaffst, Karl und Schulz zu überführen, dann brauchst du doch nicht alle mehr, um die Firma in Dreck zu ziehen. In Dreck zu ziehen. Es kann sein, dass ich und die Firma in eine fischere Sache geraten sind. Dann wollen sie über deine Firma, ihm schalt sein Geld ins Ausland zu arbeiten. Das darf nicht passieren. Das darf nicht. Du Fröder! Der Vater wäre so. Steht auf euch. Fritz! Der Vater. Der Vater. Der Vater. Der Vater. Ich weiß, dich in Ordnung. Der Vater.